25 Juni 2008 Wir haben gesagt, wir werden zusammen etwas beginnen. Und wie müssen wir das eigentlich nennen? Wir sind eigentlich mit Unternehmen, die mit den alten Stadien von Webprojekten und von daher ist die Name Early Stage gekommen. Wie machen wir heute genau für sie? Für sie ist es einfach, wir unterstützen sie, auch durch die Unternehmen, die öffentliche Institutionen, die große Organisationen, und sie unterstützen in ihren Projekten Digitaux Globals. Ich möchte auch vielen Dank, unsere staff, denn wir sind eine Unternehmen der Consultanz, die Menschen im Zentrum, und wir sind nichts, ohne unsere Mitarbeiter, Xavier, Loris, Pietro, Pascal. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.